Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern gehört die Paul-Hartmann-AG zu den größten Herstellern von Medizinprodukten. Zu unseren Kompetenzschwerpunkten gehören Wundversorgungsprodukte, Inkontinenzprodukte und ganz allgemein Produkte zur Hygiene. Also Produkte, die primär von Pflegekräften angewendet werden. In der fast 200-jährigen Geschichte von Hartmann haben wir deshalb den Austausch mit Pflegekräften immer sehr intensiv gepflegt. Und viele unserer Produkte sind tatsächlich durch die Zusammenarbeit mit Pflegekräften entstanden. Und wir sind fest davon überzeugt, dass man deswegen Pflege neu denken muss. Und dieses neue Denken wollen wir durch unser Engagement beim Pflegetag mit verantworten und mittragen. Pflegefachkräfte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Gesundheitswesens. Und wir sehen die Pflege als eigenständige Berufsgruppe innerhalb des Gesundheitssystems. Deshalb setzt sich Hartmann ganz gezielt dafür ein, dass Pflege bessere Ausbildungsmöglichkeiten erhält, dass Pflege akademisiert werden kann, dass Pflegekammern eingerichtet werden und letztlich natürlich, dass Pflege auch leistungsgerecht bezahlt wird. Damit Pflegekräfte die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Dafür macht sich Hartmann stark.